Starten wir rein mit dem ersten Thema und zwar Fokus. Die großen Roster-Changes scheinen ja gerade auf dem Weg zu sein. Wir beziehen uns hier jetzt nur auf Rumors. Das ist noch nichts Offizielles, aber Samstag direkt erster Spieltag. Wir haben nur heute den Termin. Und der Roster-Log ist schon durch. Das heißt, Fokus, Team, das Team ist schon sicher. Nur es gibt dann noch kein Offizielles Statement, wer jetzt drin ist. Genau. Und was Sache ist, ist schon mal safe. Das ist John und Matrix beide looking for Team gerade auf der Bank. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schade, finde ich jetzt, weil ich fand, John und Matrix waren beides eigentlich, waren solide. Aber ich meine, ja, wir hatten ja auch im letzten Talk und auch im letzten Video, falls ihr das eher gesehen hattet, schon drüber geredet. Ey, da ist die Kritik halt nun mal da bei den beiden. Das ist bei den beiden, das sind irgendwie die öffentlichen Sündenböcke für das Team. Und ja, so ist das nun mal. Aber erst mal die Entscheidung, John und Matrix raus. Was hältst du davon? Ja, ich meine, bei Fokus haben wir ja letztes Mal gesagt, man weiß, da wird was passieren nach so einem Ergebnis. Macht Fokus was, um halt besser zu sein. John und Matrix waren zwei, die eben in der Kritik gestanden haben. Und dementsprechend ist jetzt auch so passiert, denke ich mal. Also wir haben ja beim letzten Mal gesagt, die Main-Kritik abbekommen, sind John, sind Matrix, sind Sider aus unserer Sicht als IGL. Weil es ist schwerer, an IGL zu bekommen, gerade in einer zweiwöchigen Pause, in der du irgendwas machen kannst. Ja. Das ist sehr schwer. Und vielleicht ist das auch das Argument, dass sie in Sider festhalten. Also keine Ahnung, vielleicht glauben die auch, oder vielleicht ist Sider krass, wir wissen es nur nicht. Es ist immer schwierig, IGLs einzuschätzen. Jedenfalls sieht es so aus, als ob Sider halt ziemlich fest da bleibt. Und John und Matrix eben, die sind, die dann jetzt raus sind als Konsequenz von diesem schlechten Ergebnis. Mit dem Gedanken und mit dem Wissen, Fokus wird was machen, die machen immer was, wenn es nicht gut läuft. Dann, dass es die beiden am Ende trifft, ja, irgendwen muss es halt treffen. Ja. Und Luis und Alorante sind halt die Standout-Spieler, die eigentlichen Stars von Fokus, die auch bestimmt Kritik sich gefallen lassen müssen nach der Leistung so irgendwo. Aber trotzdem sind das nach wie vor so die Fokus-Stars-Standouts und deshalb sind die halt safe. Sider, IGL ist schwierig, deswegen halt am Ende trifft es halt John und Matrix. Und halt nicht, weil sie so scheiße gespielt haben oder weil sie garantiert nicht besser spielen können als das, was sie gezeigt haben oder so. Also das ist es nicht. Und wie viel da jeder Spieler einzeln Schuld hat oder dass die Vorbereitung scheiße war, Management-Fehlentscheidungen oder sowas. Das spielt da alles irgendwo mit rein. So wie Fokus halt nun mal mit ihrem Roster umgeht und mit so Misserfolgen trifft es irgendwen und jetzt trifft es halt John und Matrix. Genau. Und um das Ganze jetzt zu kompletieren, die derzeitigen Rumors und das, was man vermehrt vernimmt, auch in der Community, ist, dass Lime sein Comeback geben soll und zwar als Duelist und dass wir noch ein weiteres Comeback sehen werden, nämlich Bucha. Das sind so zwei Roster-Moves, mit denen schlägst du, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, man hat bei Lime gesehen, der hat auch in Spanien bei Kassel, hat der auch eine gute Saison gespielt und ich glaube, dass gerade für Dachverhältnisse, der ein überdurchschnittlicher Duelist ist, ob der über einen Klick kommt oder ob, ja, keine Ahnung. Ob der jetzt direkt der beste Duelist der Liga ist, mit der Konkurrenz, Klick-Element zum Beispiel. Ja, genau. Ob das direkt da anfangen wird, schwierig, aber dass er da sein kann, auf jeden Fall, so schätze ich in Lime ein. Und Bucha, ich persönlich fand, er hat jetzt nicht im letzten Split bei Frankfurt das abgerufen, gerade auch der Start war sehr schwierig für ihn. Was man von einem Bucha kennt, das ist potenziell ein Dach-Starspieler, aber ich finde, da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast bei Bucha eigentlich jemanden, wo du sagen kannst, ey, eigentlich ist das auch so ein Borderline-Starspieler für Dachverhältnisse, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und zweitens, ganz, ganz klar, riesige Fanklappe geschlagen. Also damit machst du ja auch jeden glücklich, wenn das alles so kommen sollte. Und ich glaube, das ist absolut die, kann man sagen, Best-Case-Lösung, weil ich glaube, Best-Case wäre vielleicht, wenn du einen Klick holst. Für die Lage, in der Fokus war und mit diesem Zwei-Wochen-Fenster, das du hast, ist das vielleicht die Best-Case-Lösung. Dazu kommt halt, also was den Lime-Transfer natürlich auch noch gut macht, der Mann war Free-Agent. Das heißt, du bezahlst nichts, du nimmst ihn einfach unter Vertrag. Bei Bucha sieht das anders aus wahrscheinlich. Also Bucha wird Vertrag gehabt haben, noch weiter für den Rest des Jahres bei Frankfurt. Das heißt, da wird ohne Frage eigentlich eine Ablöse geflossen sein von Fokus an Frankfurt. Was sei die Summe ist, keine Ahnung, kann ich auch null einschätzen, so im T2-Bereich, was da irgendwie gefordert wird. Aber der Fokus wird auf jeden Fall was für Bucha bezahlt haben. Das war ja auch, glaube ich, in dem League mit drin, dass Lewis auch… Stimmt, VCT Offers. Dass er im Gespräch war bei VCT Teams. Ich weiß nicht, ob Trials gespielt oder so. Auf jeden Fall gab es da Verbindungen, man hat Lewis verbunden mit VCT Teams. Stand das bei Lime nicht auch? Bei Lime, glaube ich, auch, ja. Beide. Ja. Gut, wenn man sich als Fokus dann gegen VCT Teams durchsetzt oder Lime halt anscheinend vielleicht dann auch nicht gut genug war für die VCT Teams. Weil ich, also ich, hands down, ich würde als Spieler immer eher ein VCT Team gehen, wenn ich die Chance habe, als ein T2-Team. Sowohl Lime als auch Lewis. Okay, Lewis hat halt Vertrag noch bei Fokus, Lime ist Reagent. Wenn irgendein VCT Team Lime wollte, dann geht der natürlich zu VCT. Ja, genau. Im Übrigen, falls ihr das auch sehen wollt, wir werden uns bemühen, dass wir Watchparty-Rechte bekommen für die VCL-Dach. Also Samstag, 14 Uhr, müsste erstes Fokus-Spiel sein. Da sollten wir live sein. Und dann gerne auch auf twitch.tv, Setsugi-Sports mit dabei sein. Verfolgt Twitter, damit ihr das mitbekommt. Da werden wir das nochmal bestätigen. Fokus jetzt mit dem letzten Team Vierter gewesen, unter den Erwartungen. Mit dem neuen Team müsste ja eigentlich Top 2 mindestens das Ziel sein. Es gibt gerade, ja, das ist so ein bisschen undurchsichtig, aber es könnte sein, wie Fokus jetzt spielt. Könnte es, also wie die jetzt die Standings gehabt haben, könnte es sein, dass der erste Platz zumindest für Play-In-Spot reicht. Würdest du sagen, das ist realistisch. Also ist dieses Fokus-Team gut genug, um jetzt Erster zu werden? Ja, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ich meine, wir haben beim letzten Fokus-Team mit John und Matrix auch gesagt, das Team ist Top 1 oder 2. Das ist auf jeden Fall in der Nähe von Maus, vielleicht sogar ein Stück drüber, ein Stück drunter, irgendwo da. Eigentlich Top 2 auf jeden Fall. Und das ist jetzt grundsätzlich, also das ist schon, das würde ich schon als Upgrade bezeichnen halt. Vergleichen wir mal die Spiele halt. John gegen Lime zum Beispiel. Einfach halt Accomplishment-mäßig. Lime hat halt schon auch bei, also bevor es Franchise-Liga war in diesem, das war nicht das Promotion-Turnier, aber das war halt das, die besten Teams aus Tier 2, die da bei dem Turnier gespielt haben. Wo er mit Angry Titans war als Main-Doubleist, wo er halt sehr, sehr gut aussah. Allein das hat Lime halt vorzuweisen irgendwie. Dann okay, in einem Jahr danach, wo er bei Fokus gespielt hat, da hat er halt Flex gespielt und war dann halt nicht mehr so gut. Ja, hinter Yugi auch irgendwie, war halt eine komische Rolle. Grundsätzlich als Main-Doubleist, er hat halt dieses Accomplishment, er hat mit Angry Titans stark gewonnen und war dann auch auf dem International Tournament ordentlich. Auf jeden Fall, ja. Und was man auch dazu sagen muss, Lime kennt ja auch Louis, Alu und Syder aus der Polaris Off-Season-Zeit. Weiß auch, was dieses Team spielen möchte. Deswegen glaube ich auch, dass das potenziell nicht lange braucht, um sich einzugrooven, sag ich es mal so. Ja, und dann halt der Vergleich zwischen Bucher und Matrix. Bucher ist eigentlich Main-Wolf-Tentinel. Aber er ist halt, wenn er halt eine zweite Rolle hat, dann ist es ohne Frage halt Controller, Smokes. Das hat er auch schon öfter gespielt. Das sollte kein Problem sein. Ist das irgendwie, also weiß ich nicht, kann man da jetzt so sagen, vielleicht braucht er so Mini-Umstellungen oder so, vielleicht ein bisschen Zeit oder so. Aber ich würde mir da keine Sorgen machen, dass irgendwie dieser Roll-Change von Sentinel auf Smoke jetzt irgendwie Bucher schlechter macht oder sowas. Also auch, ja, also da sollte man sich eigentlich jetzt keine Sorgen machen, dass er sowieso, gibt ja einige Spieler so, die sich in den Rollen überschneiden, halt die beide spielen können. Das sollte kein Problem sein. Und dann halt Matrix, der hat solide gespielt, diesmal, also dieses Date by Focus, der bekommt auch zu viel ab. Also dafür, dass der halt so kurzfristig reingeschmissen wurde, hat der echt einen soliden Job gemacht, gerade am Anfang als Fokus auch, also so zum Ende der Regular Season hat sich Fokus ja eigentlich ein bisschen gefangen. So hat man das Gefühl, gerade am Anfang eher mehr gestruggelt. Und da war Matrix eigentlich mit, der auf den ich verlassen konnte, das war die Bank gespielt hat, ja. Deswegen, also der hat nicht schlecht gespielt, ganz im Gegenteil. Und auch gerade mit der Situation, wie er reingeschmissen wurde, war er echt gut. Aber ja, Bucher, so damals mit Fokus aufgestiegen, gezeigt, dass der ein Spieler ist für das internationale Kaliber, so. Danach halt, ja, mit Attacks schwierig mit dem Team, der war aber auch mit Abstand nicht der beste Spieler. Dann bei Frankfurt jetzt, hatte seine Probleme am Anfang, aber wurde dann auch immer besser. Der Kill-Racket von Dach hat er, glaube ich, aufgestellt mit 40 oder irgendwas. Also der war auch schon bei Frankfurt dann der beste Spieler, glaube ich, ohne Frage. Von daher ist auch ein Upgrade, also du hast zwei Upgrades. Ja, also ich prädikte jetzt einfach mal, das ist ein Team, was auf jeden Fall wieder auf den Nahen vorhanden sein wird. Also sollte auf jeden Fall Playoff-Top-4 mindestens sein. Und ich sehe dieses Team eigentlich auch im Finale. Ob es dann am Ende gewinnt, das steht dann natürlich in Sternen, das kann man dann sehen. Aber für mich ist das eigentlich mindestens ein Top-2-Team jetzt. Ja, ich meine, das haben wir vorher auch gesagt. Ja, okay. Aber wir haben nicht gesagt, wir haben gesagt, auf dem Papier ist das Top-2. Ja, auf dem Papier, ja. Aber ey, ganz ehrlich, auch durch dieses bescheuerte Playoff-Bracket, beziehungsweise wie das auf Erlangen gelöst worden ist, Fokus oder SK, die hätten niemals, selbst wenn es das deutlich bessere Team wäre als Maus, die hätten niemals diese Finals gewonnen, weil du gewinnst nicht drei Best-of-3s hintereinander auf Lagen. Ja, weil ich das erste direkt verloren habe. Ja, okay, aber niemals. Ja, natürlich nicht, aber ich meine, aber es ist ja faktisch so, wenn Fokus halt SK und auch CJN geschlagen hätte, wo wir sagen, auf dem Papier ist Fokus besser als beide von diesen Teams, dann wären die halt Zweiter geworden und als Zweiter wärst du in einer Top-Ausgangsposition, um den ersten Slot für Sension zu bekommen. Das stimmt, ja. Das bist du jetzt nicht. Ja, das stimmt. So geht es gerade eher Richtung Play-Ins. Ich muss sagen, ich bin zuversichtlich auf das Roster, muss ich sagen. Wie ist deine Stimmung auf das Roster generell? Ja, ein bisschen Hype. Man sieht ja eigentlich immer wieder, dass dann ein Change, auch wenn das Team gut ist, die können eigentlich das Fokus-Team jetzt, das Alte mit John und Matrix, die hätten besser spielen können. Und wenn du denen Zeit gibst, kann es sein, dass die auch besser geworden wären. Das möchte man überhaupt gar nicht ausschließen. Aber es ist auch so, dass du gerade bei so einem Misserfolg, wenn du dann halt ein Change machst, so frische Luft so in das Team. Vielleicht eine Honeymoon-Face jetzt oder so mit Bucher und Lime. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt einfach so Lime reinkommt zum Beispiel als Main-Duelist und der schießt jetzt einfach mal richtig um. Und so, das kann passieren. Also es kann sein, dass der Fokus vielleicht so eine Honeymoon-Face bekommt und da sehr gut sein wird. Kann auch sein, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, da jetzt reinzufinden, weil die Main-Konkurrenz mit Maus und CJN macht ja keine Changes. SK macht einen Change als mit IGL. Muss man gucken. Aber grundsätzlich, ich glaube, ist es schon eher diese frische Luft, die jetzt so ein bisschen ins Team kommt. Im Chat-Send-Game soll ich eben nochmal die Lime-Sets zeigen. Also Top 5 in Spanien Rating. Alles gut. Ja, habe ich ja. Wenn wir jetzt ADR gucken, Top 4, Killsperron Top 3, KD Top 5. Also kann man sagen, Lime, Respekt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, falls das Roster anders aussehen sollte, werden wir es natürlich auch in den YouTube-Kommentaren nochmal irgendwie machen und gerne auf YouTube Abo und Like da lassen. So, dann haben wir das Outro auch noch gemacht. Perfekt. Perfekt.